Ja, Vorfreude steigt. Endlich ein Tapetenwechsel, endlich sind wir auf dem Weg nach Schweden und wir freuen uns riesig, dass endlich morgen das erste Vorrundenspiel ansteht. Also wir gehen in das Turnier rein und versuchen auf jeden Fall das Bestmögliche rauszuholen, auf jeden Fall die Hauptrunde zu erreichen und alles andere wäre natürlich noch lohnenswert, aber wir sind ganz locker und versuchen viel Erfahrung zu sammeln und viel zu lernen und viele Spiele auf internationalem Niveau und internationale Härte mitzunehmen. Jeder weiß, dass die Niederlande sehr stark ist, sie haben es ja auch geäußert mit einem Medaillenwunsch, also von daher, das wird ein hartes Match gleich zu Anfang. Ich erhoffe mir, dass wir halt einfach unsere Leistung zeigen können und wenn wir das schaffen, dann können wir auch jedem Gegner ja quasi Paroli bieten und einen Stolperstein darbieten. Die Holländer sind natürlich ein starker Auftaktgegner, aber wir sind gut eingestellt und mal gucken, was sich da machen lässt.